Herzlich willkommen in Merkir Hotel Moa Berlin. Mein Name ist Marius Zivkowski und ich habe heute Heidi Hetzer hier bei uns im Hotel. Hallo Heidi. Hallo Marius. Schön, dass du da bist. Ja, jeder kennt dich ja so von deiner Weltreise und von den Reisen mit deinem Oldtimer. Jetzt hast du ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu? Ja, ich wollte nie in meinem Leben ein Buch schreiben. Ich habe mich immer totgelacht über die Leute, die sowas machen. Aber dann hat meine Tochter gesagt, Mama, da kommst du nicht drum rum. Ich kann mir das alles nicht merken, was du erzählst. Ich brauche das für meine Enkelkinder. Also habe ich es gemacht und jetzt können alle davon profitieren, was da so rausgekommen ist. Ich habe es nicht alleine gemacht. Da ist ein Co-Autor dabei gewesen. Ganz netter Karl, Marc Bielefeld, der wird auch dabei sein. Und auch einige Beifahrer, die ich ja alle verschlissen habe. Also einige haben überlebt, die kommen dann auch. Aber ihr braucht eine Karte. Das erste Mal in meinem Leben, dass es eine Eintrittskarte gibt, um zu mir zu gelangen. Unwahrscheinlich, ja. Und die muss bestellt werden. Diese könnt ihr online bestellen, hotel-moa-berlin.de oder ihr kommt an die Rezeption unseres Hauses und könnt sie dort kaufen. 10 Euro ist der Preis und ich glaube, das ist allemal wert. Ja, werden wir sehen. Es wird bestimmt ein netter Abend. Ich freue mich wahnsinnig darauf, weil es auch das erste Mal für mich, dass ich sowas erlebe. Also bringt ordentlich Fragen mit. Ganz viele Fragen, die ich dann beantworten kann und Bücher zum Signieren. Am 17. September 2018 ist es also soweit und ihr habt die Möglichkeit, bei der Buchpräsentation von Heidi Hitzers Buch Ungebremst Leben dabei zu sein. 19.30 Uhr ist Start und 18.30 Uhr Einlass. Tickets gibt es wie gesagt auf hotel-moa-berlin.de oder an der Rezeption unseres Hotels. Der Standort ist Merke Hotel Moa Berlin. Für die, die es nicht kennen, das ist im Stadtteil Moa Bied, Stephanstraße 41. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen schönen Abend haben werden. Ich danke fürs Zuschauen. Alle Infos nochmal in der Videobeschreibung. Bis dann. Tschüss.